Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Aufnahme von Stardew Rally. Das ist schon eine Weile her, als ich das letzte Mal gespielt habe und ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wo wir jetzt gerade waren. Aber ich werde das schon wieder gemacht kriegen. Okay, zuallererst wollen wir aber unser Feld erstmal lieben, damit es schön wächst und gedeiht. Und ich glaube wir waren das letzte Mal, ich glaube wir waren bei Willi, genau. Wir haben uns unseren ersten Angler wieder geholt. Und haben auch ein bisschen geangelt. So, Blumen gegossen, das ging relativ schnell. So, was machen wir jetzt? Also, Aufgaben. Getting started. Ja, das ist klar, fällt. Ähm, okay. So, wie wäre es, wenn wir uns noch ein paar Freunde suchen? Okay, das habe ich in der Kiste. Und ich auch gleich mal wieder alles einlagern. Oder. So, wie wäre es, wenn wir uns noch mal im Dorf umschauen? Vielleicht treffen wir ja noch ein paar neue Leute. Oh. Das. Play. Okay. So, wo haben wir denn noch nichts? Ich kam jetzt auch längere Zeit nicht zum Aufnehmen, da das neue Add-on vom WoW sehr viel Zeit frisst. Und heute habe ich mich mal durchgerungen, mal nicht direkt WoW zu starten, sondern erst mal hier meine Pflicht zu tun, damit auch pünktlich Sonntag vollgekommen. Wollen wir mal schauen. Schöne Musik. Ach, hier waren wir noch nicht drin. Ah no... Ah ok... Bei ihr waren wir also schon... Ihn kennen wir glaube ich auch schon... Die Mädchen kennt mich nicht... Er ist also ein bisschen schaffender... Ok... Was haben wir denn hier? Er kann nicht mehr gucken... Kann ich mir das angucken... Pecafus... Stereomicroscope... Was? Ah... 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 Sieht für mich aus wie eine ganz normale Flasche... Das ist ein Stereomicroscope... Ach DAS habe ich angeschaut... Was ist das? Und... Ja... Das... Das ist das Stereomicroscope... Das haben wir hier... Ah... Es sieht aus nach einer Jugendküte... Und da... Und dann steht es auch... Da wollen wir mal nicht... Läu... Wollen wir dich länger stören... Wollen wir mal weiter schauen... Ach und wieder... Das... Krieg... Wir haben ja ganz schön wenig Energie... Und da essen wir alles erstmal was zu... Ja... Den Finger kriegen... Gibt's Energie... Na wen haben wir denn da... Linus... Er lebt alleine hier raus... Er lebt alleine hier raus... Ich kenne es mir als Feuermann an... Hier was für ein Gutachten... Nein... Alles klar... Das... Er lebt... Bid... 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 Ich laufe mich ja schon wieder aus dem Dorf... Oh, was ist das? Ist das im Graben? Ach nur ein paar Steine... Aber ich wollte doch ein paar Leute kennenlernen, dann kann ich doch nicht ständig aus dem Dorf rauslaufen. Was? Pfff. Pio in your life. Pio in your life. Ah! Der Yoja-Markt. Ich erinnere mich. Die Firma, von der wir damals gearbeitet haben. Und das ist Pam. Mehr hat sich nicht zu sagen. Yoja. Mal reinschauen. Morgens. Morgens. Nee. Naja. Oh, den kennen wir doch noch nicht. Warte! Nein! Warte! Das ist also Alex und auch da. Und wer name hier? Evelyn. Evelyn, äh, Edlin meine ich. Ähm... Okay. Ja, ich... Ey, was läuft. Greg... George! Mein Name ist Gregor. Äh... Jaris ist sehr irritierend, wenn er neue Leute kennen zu lernen. Okay, bis... Ooooooh... Was? Sehr trainiert. So, was ist denn da hier? Ein... Wohnwagen. Sind wir da rein? Hallo? Ah, Penny! Das ist ja... Schau. Ich bin jetzt schon ein paar mal verflogen. Hier ist niemand. Ich habe ihn schon kennengelernt. 21 von 28, ich will hier noch was reden. Mal sehen, ob jemand in der Bücherei ist. Ah, ich glaube, den kennen wir aber schon. Er ist erfolgreich. Ja, stimmt, er steht da hier im Neuen und betrachtet die Umgebung. Ein sehr nützlicher junger Mann. Ich glaube, wer steht hier drauf. Mold and faded. Mona? Ah, verstehe ich nicht. Ob das ein Mädchen? Vielleicht einfach nur... Verständnislos, wenn... Emily. I can read it. Ja, ich werde diese Stadt lieben. Aber ich werde wahrscheinlich ihnen sein dürfen, weil wir noch keine so guten Freunde damit hinweilen. Nicht so gute Freunde mit den Menschen sind, dass sie uns vertrauen. Also in dem Sinne vertrauen, dass wir in ihre Zimmer können. Okay, hier ist keiner. Ja. Ähm... Die Briefkast. Mülleimer. Aber ich sollte mich nicht erwischen lassen, glaube ich, wie in den Müll zu erhöhen. Sehen die Leute, glaube ich, nicht so gerne. Weg mal wieder mit Puttern. Mit Energie. Das ist schön. Doch. Ah, ich kann da auch nicht unentweitet rein. Ich brauche eine Einladung, um rein zu nehmen. So, mal sehen. Was haben wir denn hier? Das ist die kleine Yes. Stranger. Stranger Danger. Sonst ist hier kein Achter hier. Wer ist denn das? Was? Ach, Manni. Aber noch eine Marine. Oder Manni. Manni. So, auch was zu flittern. Ich sollte mal ein bisschen gucken, dass ich mal ein bisschen Geld dran schaffen. Was? Weil ich glaub, weil meine Pflanzen gewachsen sind. Wer war mit dem Meer? Lea. Lea. Das ist nice to meet you. Was macht's wenn? Malen. Schön. Stillleben. Gefällt mir. Ich hab zwar nicht gesehen, aber... Äh... So, wollen wir mal schauen. Äh... Ja, kann ich schon mal hier mal durch? Hey. Ich kann ja mal meinen Weg selber ausbauen oder ausmachen. Was ist denn das? Ich hab das jetzt durchgehört. Die ich aber nicht reparieren kann. Und... Oh. Das ist... Ja. Ein heruntergekommenes... Video. So... Was ist das? Oh, Onion. Ich glaub ich... Kann man an den Sorgen mitnehmen zu verkaufen. Damit wir zumindest ein paar 20 Gold machen. Sieht aus... Abfragterkanäle. Och Gott, hier sieht's ja aus. Bestimmt alles die Joja-Kompanie dran schuld. Äh, ich mein der... Ja, Kompanie. Das hört sich immer so militärisch an. Was ist das denn? Oh, cool. Ich freu mich zu finden. Harkon. Harkon. Alles klar, schnell. So schnell wie es wieder Wind nach Hause. Oh. Oh. Ich glaub ich hab nicht Platz. Ähm... Dann hab ich da den Inventar nochmal. E. Okay. Ähm... Was braucht man denn am wenigsten? Holz. Hm? Lenden, schnell nach Hause. Da muss ich Schlaf abkriegen. Ich glaub hier geht's... ...zum meiner Farm. Äh. Okay. Okay.